Bevor wir überhaupt in diese Welt gehen, bevor wir uns für eine Inkarnation entscheiden, haben wir eine Lebensabsicht. Und ein wichtiger Teil dieser Lebensabsicht ist unsere Berufung. Und wir haben zu Hause, auf Folge 17, zwei wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, für unsere Berufung. Erstens, wir bringen alle Fähigkeiten mit, die wir dazu brauchen, weil wir ja wissen, das habe ich vor. Ja, und dann haben wir noch eine zweite wichtige Entscheidung getroffen. Es macht uns Freude. Ja, das heißt also, ich brauche nur dem Weg der Freude folgen, dann finde ich meine Berufung. Also, was kann ich gut und was macht mir am meisten Freude? So finde ich meine Berufung. Und jetzt kommen wir wieder zum Erfolg, wahrer Erfolg. Ohne der Berufung zu folgen ist nicht möglich. Dann bin ich nicht im Einklang mit mir. Es ist der größte Erfolg überhaupt, ob selbstständig oder nicht, zu sich selbst zu erwachen. Denn das ist der Schritt in die Wirklichkeit. Dann bin ich endlich bei mir selbst angekommen. Und das ist das Ziel des Lebens. Das ist die Erfüllung unserer Lebensabsicht. Deswegen sind wir hier. Und dann erkenne ich alles bis dahin. Selber Ursachen setzen, erfolgreich sein wollen, Ziele erreichen, Wünsche erfüllen. Kann ich alles machen. Ist aber alles noch Vorbereitung auf den Augenblick, wo ich bereit bin, zu mir selbst zu erwachen. Ich kann das alles loslassen. Und ich bin eine lebende Ursache für das, was stimmt. Und alles, was jetzt folgt, stimmt, weil die Ursache stimmt. Und das ist wahrer Erfolg. Wie detectors bereichen wird, wie oft starten. Wie Islands religious into blow. Und ich bin einig im Eigenrum. Ich bin einig im Auftrag des Zそうだen. Und ich bin einig im Auftrag des ZD concepts meinerzeit. Ich bin einiger vaccines. Was hilft, es heilt die Vorteile! Vielen Dank.